Leider heute zum letzten Mal ein Weltmeisterschaftslauf der 350er Klasse auf dem Österreich Ring, denn diese Kategorie wird ja heuer eingestellt. Trainingsschnellster der Belgier Didier de Radigues, Titelverteidiger der Deutsche Toni Mankov-Kawasaki, Sieger von Argentinien der Venezolaner Carlos Lavado, aber keiner dieser drei kommt am besten weg, sondern ein Österreicher aus der zweiten Startreihe, der 22-jährige Linzer Siegfried Minich mit seiner Yamaha, Startnummer 27. Minich führt auf den ersten Kilometern zum ersten Mal in seiner noch sehr jungen Graubrika her, liegt der Oberösterreicher in Führung. Minich wird aber dann relativ bald von der Radigues an der Spitze abgelöst, der 24-jährige Belgier verwendet 16 Zoll vor der Reifen und das erweist sich für das heutige Wetter als die beste Lösung. 14 Radigues, 27 ist Minich und dahinter bereits mit der Nummer 1 Doppelweltmeister Toni Mank. Mank ist auf der dritten Reihe sehr stark nach vorne gekommen, sehr rasch vorgestoßen, er freut sich sehr über die trockene Fahrbahn, denn keiner hasst Regenrennen mehr als der Doppelweltmeister aus Deutschland, der schon 23 Grand Prix Rennen gewonnen hat. 1 Mank, 27 Minich, Ihre Maschinen sind in etwa gleich, aber andere Maschinen werden in diesem Rennen noch schneller sein. Da werden Sie in den nächsten Runden sehen, die Motorräder von Ericsol und Patrick Fernandes. Mank fährt in der zweiten Runde bereits 1,25, 71, Schnitt 178 mit noch kalten Reifen. Der Radigues verbessert auf 1,24, 30 und dann noch einmal Mank 1,24, 23. Radigues holt einen Vorsprung von fast 10 Sekunden heraus, leicht ohne allzu große Anstrengungen, ohne besonders zu forcieren, aber dann nach Halbdistanz scheidet der Belgier aus, wir sehen das mit Start Nummer 14, rollt Radigues aus, der Grund ist ein Getriebeschaden. Damit bei halber Distanz, Tony Mank automatisch in Führung, vor Minich, aber dann taucht ein neuer Gegner auf mit der Start Nummer 3, Patrick Fernandes. Der Franzose, der die österreichische Barthol-Maschine fährt, war ja 1977 hier in die Massenkoalition verwickelt, hat aber vorgesehen auf dem Salzguteln das 350er-Rennen bereits gewonnen. Damals gab es einen Dreikampf Mank, Fernandes, Eckerold, heute einen Dreikampf Mank, Fernandes und Minich. Erst in die letzten Runden greift ein vierter Fahrer in diesen Kampf ein. Eines ist der Franzose Eric Sol, nur siebenten nach der ersten Runde, Sieger des italienischen Grand Prix in Monza 1981. Achten Sie auf die Start Nummer 7, auf den Pariser Eric Sol. Er kommt erst in den letzten Runden nach vorne, schließt zum Führungstrio auf zu Mank, Fernandes und Minich. Einer der vielen Stürze, zu Fall gekommen Hansebraten und De Taveri, verletzt wurde kein Fahrer in diesen 350er-Rennen. Sehr spektakuläre Schräglagen der Weltklassefahrer, Minich fährt vielleicht den spektakulärsten Kurbelstil, Mank hängt mehr über dem Lenker. Die Entscheidung fällt beim Überrunden einiger langsamer Fahrer. Sol greift aus einem 10 Sekunden Rückstand an, er reift das Führungstrio kurz vor Schluss. Und bei der vorletzten Start-Zielpassage ist Eric Sol mit der Start Nummer 7, mit seiner Chevalier, er war bereits in Führung. Eric Sol gewinnt nur 1,27 Sekunden, trennen die ersten vier. Sol, Mank, Fernandes und Minich. Der Pariser Eric Sol, nur siebenten nach der ersten Runde, gewinnt zum zweiten Mal in seiner Karriere eine Weltmeisterschafts-Grabry. Er ist ein überglücklicher Sieger. Er sagt, ich habe am Anfang Pech gehabt, meine Maschine war am Anfang nicht sehr stark, aber dann habe ich aufgeholt. Wir haben einen super Start gehabt und haben zunächst einmal geführt, zum ersten Mal in einem Grand Prix. Ja, ich habe das erste Mal geführt, aber ich habe gewusst, dass ich diese Position gegen Tony Mank und Eric Sol nicht halten kann.